So, willkommen zurück zu der allerletzten Episode unserer kleinen Minecraft-Reise. Immer noch mit nicht sehr professionellen Einstellungen, aber wenn ich mal die Motivation finde, mich da ein bisschen weiter zu wuchsen, dann würde es auch immer besser werden. Schlechter kann es auf jeden Fall nicht werden. Genau, gestern ging ja auch schon Perfusion los. Ich habe mir jetzt noch mal einige GBA-Advanced-Spiele besorgt. Und habe da schon Lust, ein paar Spiele zu spielen, mitunter auch eins, nämlich das Kingdom Hearts Chain of Memories, wo ich ja nur das Remake für die PS4 gespielt habe, ein bisschen größer PS3. Aber mich interessiert einfach mal der GBA-Ableger, aber das ist jetzt am besten zu wichtig. Ich denke, ich wollte einfach nur sagen, es gibt auch Sachen, die ich zu tun habe auf jeden Fall. Und ja, bis dahin erstmal fangen wir einfach mal an mit Mosamer, die Entstehung der Artefakte. Wieder, wir haben Sheeds aktiviert, das ist für den Notfall hilfreich. Das haben wir ja heute in einer der Piloten gesehen, also ich nehme das wieder am gleichen Tag auf. Deshalb ist es für mich heute gewesen, für euch ist es halt vorgestern, weil die Folge kommt am Sonntag. Damit wir jetzt Spaß haben können. So, das ist ein Setting, wir sind weit in der Vergangenheit. Und in dieser weit in der Vergangenheit schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Und unser Kater, der möchte auch mit dabei sein. Komm hier. Mal gucken, so, die Karte war ja letztendlich mal ganz gut. Mal gucken, wie es jetzt abläuft. Ich mach mal kurz Pause. Okay, Kater versorgt. Jetzt öffnen wir diese Truhe. Einleitung. Und Dienstvorschrift. Mal gucken. Was ist mir passiert? Ich war nur kurz auf der Jagd. Jagd. Gewesen und als ich wieder zurück gewesen bin, waren alle anderen fort. Wie vom Erdboden verschluckt. 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 Ja, okay. Obwohl diese Priester auf dem Hügel dahinter stecken. Man sagt, sie würden an irgendwelchen Artefakten arbeiten. Die unvorstellbare Macht besessen. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Es wäre allerdings zu gefährlich, einfach los auf den Priester zu gehen. Vielleicht haben meine Leute etwas mit Minen entdeckt. Der Zugang ist aber versperrt worden. Bevor ich die Mine betreten kann, muss ich alle sieben Zugangsscheiter finden und betätigen. Ich hoffe, dass ich meine Freunde finden kann. Spiel auf PS4, finde ich es gut. Holz, Druckplatten für die Story. Unterhalte, Elternhaften für ihre Kinder. Sheets Mods benutze ich. Schlafen, Anweisungen befolgen, lies alles. Spaß haben. Nicht bei diesen ganzen Regeln. Weg damit. Optionen. Peaceful war schon richtig eingesetzt. So, Dienstvorschriften. Sind sie irgendwie so einen, keine Ahnung. Bodyguard. Und ein Flieger-Surf. Okay, sieben Schalter sollen wir finden. Also machen wir erstmal eine mehr. Fehl'n noch. Fehl'n noch. Fehl'n noch. Ah da, ich bin zwei jetzt nicht so versteckt. Schalter Nummer zwei. Man hat mir vorgeschlagen, Musik zu hinterlegen, was bei Minecraft zum Teil passen würde, wenn ich dann so die Ingame Musik hier raus baut und irgendwas anderes reinmache. Aber dafür müsste ich mir halt erstmal noch ein bisschen Equipment verbauen. Ich mache ja gerade aktuell noch alles ziemlich billig. Merkt man dann zum Glück auch gerade und später dann nicht mehr. Aber ja, ich muss irgendwann nochmal ein bisschen was investieren. Drei, vier, 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 also noch drei, ne? Ja. Fünf. Die Köp sind alle leer. Nettes Suchrätsel. Die ist ganz schnieke. Die ist echt nix. Hier wird nix. Guck mal, gut. Schaust du da? Ne? 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 Ja? Ne? 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 Der letzte Dorftor Hier waren wir noch nicht drin Dann sollte hier doch auch mal der letzte Schalter sein. Perfekt! Dann können wir glaube ich jetzt an die Mine reingehen, die irgendwie blockiert war. Ja perfekt! Habe ich die Redstone-Skills bewiesen, so ein bisschen. Ich glaube es ist auch einfach eine Redstone-Leitung blockiert. Über diese Piston at the way. Hier habe ich mal eine Mine gebaut. Das erkenne ich sofort. Dann fahren wir mal runter in die Mine. Wir wollen jetzt in den Kriegstern, die einen Atterpakt bauen. Wir wissen nicht, dass das Atterpakt von Licht und Dunkelheit sind. Aua! Weil das ist halt auch die Entstehung der Artefakte. Also fahren wir hier einfach mal um. Ich bin Engine. Ich trage jetzt eine Rüstung. Ich war ja glaube ich so eine Stadtwache, würde ich jetzt einfach mal so behaupten Ich habe auf jeden Fall keine Kosten und Mühen gescheut und diese Mine übernommen Für meine tölplischen Bauvorhaben, ich bin gespannt, ich weiß gar nicht so genau was mich hier erwartet Irgendeine Vermutung, hm Irgendein Tempel den es noch im Kopf hat, das hat halt immer den Tempel von der letzten Folge im Kopf Wenn ich halt über den besten Tempel irgendwie spreche, weiß nicht, war es der beste Tempel? Niveau fand es eigentlich besser so im Nachhinein, zwar nicht so frei schwemm, mitten in der Luft, halt nicht wahr Aber, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, wer jetzt nicht wird das hin Auf jeden Fall alles besser als Teil 1, 2 und die Teile, die aber auch nur, ja Eine Kopie waren von 1 und, nur 1 Na ok, dann auch 1 und 2, hier Atmungshelm, ok Ich konnte noch rechtzeitig fliehen, was haben diese Priester nur vor? Ich fürchte, ich werde dies nie herausfinden können Diese Mine wird mein Grab sein Ich hoffe sehr, dass noch niemand kommen wird, der meine Reise beenden kann Diese Priester sammeln Macht, indem sie seltsame Artefakte herstellen Du, der das hier liest Vollgeweite der Höhle, unterreiche den Tempel Dort arbeiten die Priester Du musst die Artefakte stehlen und verstecken Die Himmelsgötter werden dir helfen Mit meiner Ausrüstung wirst du überleben können Bitte bewahre diese vor ihrem Unheil Äh, bitte bewahre die Welt vor ihrem Unheil Okay, das ist der Typ oder der ist halt tot, ok Das Buch nehme ich mal mit, damit keine Verwechslung vorkommt Ich bin auch nicht sleep at night, dann machen wir mal night Hu 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 Ah, Bunkereie Da Das älter Tor Bei dieser älter Mod, von denen ich älter Mod, von denen ich erzählt habe Da wäre, hätte man halt, ähm Ja, halt so'n, ähm Ich glaube Obsidian, ein Glowstone vor Und dann halt Wasser, das Feuer Zu einem Diamant Ich hab da keinen Diamantblock Ich hab da keinen Diamantblock Oh, ja Eine Abkurzung Dundidum 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 Ohm Ja, jetzt erinnert mich wieder Das ist clever, das ist clever. Er hat einfach noch den Hebel abgehauen und da hat es die Tür zu. Aber ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Daran erinnere ich mich. Scheiße. Ich sage das natürlich, wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich hier doch nicht mehr rein. Aua, aua, aua. 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 Okay, haben wir das schon mal geschafft? Entweder ein Abid, oder ein Abid oder ein Abid? Aua, aua. 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 Hier ist zu. Hier ist was aufgegangen. Bei der Bruchstelle. Was sind das für Steine? Schauen zumindest sehr wichtig aus. Sollte die nicht verlieren. Erinnert ein bisschen an die Erze. Aus der späteren Zukunft. Dies müsste dann wohl das geheime Archiv-Friedler Priester sein. Was ist das? Die sehen wir aber auch nicht zum ersten Mal. Ach ja gut. Das ist eine Bibliothek. Eine unterirdische. Warum nicht? Ich spüre starker als Energie am Ende des Blutzes funktionieren. Das Artefakt des Lichtes. Klausert einfach mal das Artefakt des Lichtes. Warum auch nicht? Hätte ich hier noch was gut machen können. Und den Weg halt nur festlegen. Um halt so einen Rückweg zu gewährleisten. Aber das ist auch hier. der Blutzes Latz-Dulier. Kohle. Redshorn. Mark. Diamond. Eisen. Diamond. Gold ist auch Englisch, aber Eisen? Wo heißt Gold? Englisch? Aber Eisen? Noch mehr Artefakte? Irgendeine Stimme in meinem Kopf meint die Leute, die alle mitnehmen. Ja, hab ich schon. Hm, die Ärzte, oder zumindest Teile der Ärzte haben jetzt mitgenommen. Was ist hier in der Tour? Das Artefakt der Dunkelheit, was ist das denn? Aber auf jeden Fall gibt es diesmal ein Artefakt der Dunkelheit. So, aber... Stimmt, das war ja ähm... Im dritten Teil war das doch so ein Spawner und ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es diese Items hier in dem Spiel. So sind sie ja schonmal gut. So, dass sie diesmal wenigstens dargestellt werden. Okay, wir haben irgendwie... Splitter von den Ärzten und halt die zwei Artefakte. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die ähm... Splitter, die wir jetzt im Zimmer haben, die sechs Stück, sieben Stück, dann hattest du die neun Ärzten werden. Und die alten Ärzte halt, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Also die Eltern sind dann halt verblassen oder so. Weiß nicht. Irgendwie... Um sie das halt zu erklären. Ein Turm. Dummdi 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 dumm... Dummdi 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 dumm... Du schaffe ich den Sprung? Dann muss das ja offensichtlich. Okay, Edi. Edi pidi. Aua. Aua. G-Mode 0. G-Mode 0. Ich weiß, es ist irgendwie... Nicht der Respekt für meine eigenen Karten gegenüber, aber... Habe schon mal gedacht, dass es lags. G-Mode 0. So... B-Mode 0. Sieben ist alt hier. Und ho-CH. Und alt. Ich... G-Maraba... Desblenden haben gleich... ist das schon das ende? ach den baum kennen wir doch auch aus teil 1.5 kennen wir den baum sei grüßt ich bin der allmächtige himmel der himmelsgott hat quasi von dem baum aus zu general seestein gesprochen der himmelsgott der ja den letzten priester kontrolliert hat damit er die atletaxis zerstört der hat halt auch entsprechend über den baum zu general seestein gesprochen und ich habe dich erwartet wie du vielleicht wissen solltest haben die priester hier artefakte die die große macht besitzen erschaffen ihnen war die macht aber zu groß und sie sind zur runde gegangen nun müssen die artefakte überall auf der welt versteckt werden um den frieden zu gewährleisten als erstes musst du die sieben mineralien in den tempel der erkenntnis bringen die artefakte können nämlich verführen und die ärzte können die verfügung der dunkelheit bereinigen den tempel kannst du durch das portal betreten welches du gesehen hast also hinter der gleichzeit beginnt sich als mittelportal verstecke die erze gut sobald du aus dieser anderen welt zurückkehrst bist werde ich das tor für immer verschließen lege bitte alles außer die sieben mineralien zur aufbewahrung in diese Truhe ok ist noch nicht zu Ende alles außer die sieben mineralien ok aber welt aber welches portal ist ja schön wie hat es ein never portal was halt deaktiviert ist ja was deaktiviert ist ist ja klar aber ja zwar irgendwo hier unten irgendwo war hier das never portal um die r3 irgendwo oh hört ihr das? das portal funktioniert was geht hier los? wow ist die map so neu ok das hier noch alles funktioniert haha du musst mal ein pferd warten mir hat sogar noch richtig ich wäre ja da so das highlight downloading terror terror natürlich nicht ah ok fast ich bist ok das ist also der tempel der vernunft bewahr eine eigene welt tempel der vernunft bewahr aber ich sterbe nicht haha gleich hilft mir dieser Trage feuer resistent Feuer resistent das erinnert ja auch irgendwie an den Ort den wir in Teil halt im Artefakt ähm in der Legende vom Artefakt versucht haben im letzten Spiel da war ja auch irgendwie so ein Diamant Schwarz zu dem wir irgendwie schon gekommen sind keine Ahnung und halt ähm diese Twilight könnte das gleiche sein das ist die Stelle wir waren doch hier weit langs vorher und da waren halt auch die Ärzte die lieben hier sind wir ok geil aber wie komme ich jetzt hier heraus ich hätte da noch eine Kiste runterpacken sollen damit man sie halt nicht mehr in Spencer trägt mit itemhopper egal passt schon aber ja das ist wahrscheinlich der gleiche Ort nur halt eine lange lange Zeit in der Vergangenheit keine Ahnung wie lange aber kommen einfach mal den Weg wir wissen ja wie gesagt noch die Artefakten durch wegbringen aber zum Glück haben wir die ja in die Resensiviltruhe gepackt sprich also wir verstecken jetzt die Artefakte da wo sie später wieder gefunden werden sprich dunkelheitlich die ganzen Ärzte zumindest die hier es gibt ja anscheinend mehrere Ärzte einmal die hier in dem Tempel haben wir welche gewinnen hier haben wir die abgelegt und dann finden wir nochmal komplett anders irgendwo welche aber also auch nur ein weniger manchmal ist es gut dass die Portale noch funktionieren aber scheint auf jeden Fall der Ausgang zu sein wie groß ist das denn das muss wohl der Hauptengang des Tempel Les Tempel Nein. Hier kann... Stimmt nicht. Äh, okay, nochmal. Game und eins. Ich guck einfach mal, was passiert, wenn ich hier oben reingehe. Ah, Baum. Okay, der Tempel wird jetzt für eine sehr lange Zeit verschlossen bleiben. Als nächstes musst du dieses Fragment verstecken. Um es herum wird ein neuer Tempel entstehen, der dieses Fragment bewahren muss. Das Fragment ist in der Lage, alle geschlossene Tore wieder zu öffnen. Nie, dies darf nie geschehen. Versteck ist gut. In Zukunft werden viele Menschen Jagd auf das Fragment begehen, wenn es... Hab ich nicht. Ich glaub, von hier sind wir dann gekommen. Ja, okay. Von hier sind wir dann rausgekommen, das ist das große Portal. Und jetzt... Ich werde wohl ein Fragment verstecken. Das ist ein Fragment. Keine Ahnung. Machen wir das jetzt aber einfach mal. Wir schauen uns, wo uns das hinführt, meine Lieben. Dann, wir schauen uns an. Das ist das ja auch. Ach, das ist ja auch die Fragment. Das würde ich sagen lassen, ich kann hoffentlich das ist der richtige Weg, aber ich denke mal die andere Richtung hätte der Digga aufgehört, hoffentlich Das sieht einfach so schön aus, ich glaube hier baue ich mir ein Haus Aber irgendwie was mit der Entstehung der Artefakte hat das gut zu tun, wir haben irgendwie von den Leuten gehört Die die Artefakte erschaffen haben und dass sie anscheinend auch das ganze Dorf getötet haben, außer den einen Typen Und jetzt haben denen dann die Artefakte weggenommen und die bringen jetzt irgendwo anders hin Wo dann halt das entsteht, was man halt in den späteren Spielen gesehen hat, also in den chronologisch späteren Spielen Aber die exakte Entstehung haben wir jetzt nicht mitbekommen, das ist irgendwie ein Negativpunkt an der Stelle Diese Höhle sieht aber auf jeden Fall interessant aus Er meint ja, wir sollen das Fragment hier verstecken und da rum Dort herum wird ein Tempel entstehen und ja genau, ich weiß das Fragment, das Portalfragment Was wir in Teil 1, ok in Teil 0 gefunden haben, in Teil 1 gesucht haben und in Teil 2 benutzt haben So, gucken wir mal wo wir entkommen Es ist okay, wir verstecken jetzt das Portalfragment und da rum herum wird ein Tempel entstehen Sprich, wir sind jetzt quasi an der Stelle, wo in Teil 1, Teil 0 der Tempel war Merkbar, dass ich begeistert bin, obwohl es das gar nicht sein sollte, irgendwie, keine Ahnung Ich bin jetzt einfach, keine Ahnung, ganz spannend, mir dafür erschließen, was sich der Entwickler, also ich, dabei gedacht hat Irgendwer scheint den Berg zu zerstören Das Portalfragment scheint darauf zu regeln und fährt, kann ich hier irgendwo das Artefakt verstecken? Okay Ich hab grad total inkompetent vorgelesen, aber gut Das ist das mal so Hier werde ich den Tempel entstehen lassen, der das Kontaktfragment bewachen wird Ich muss es lediglich hier in die Lava werfen Ja, ich hab keins bekommen Vom Baum Aber das Problem kennen wir ja schon, das Portalfragment funktioniert Aber okay, gut Jetzt setzen wir ein Und jetzt? Die Lava werden übrigens Schauen wir mal, warum diese Bahnen für die Schalen überhaupt nicht hier sind Also jetzt mal wirklich nicht, was macht hier die Lava? Nicht nix bei Gärten Nein Jetzt bin ich beiratet noch Ich will den einen Chat In dem Beirat läuft noch ein bisschen mit Schleif zu geben Und jetzt hier nochmal raus Gleich Wir legen direkt über die PS4 Aber ja Dann scheint kann der Himmelsgott mit seinem Baum überall hinfahren wo er will Erklärt auch wie wir den damals gefunden haben Himmelsgott Gute Arbeit Nachdem ich einen Großteil der Bösen-Artefakt-Energie den Artefakten entnommen habe und selber in einem Tempel gelagert habe Kann nun das Artefakt der Dunkelheit in den Tiefen versteckt werden Das musst du übernehmen Nimm das Artefakt der Dunkelheit aus der Truhe und geh los Achja Ein Priester hat den Unfall übrigens Übrigens Also da in dem Labor sind halt irgendwie auch alle Priester gestorben Keine Ahnung wie Aber der eine der überlebt hat Das war der den wir halt auch Teil Im letzten Spiel Der Legende vom Artefakt kennengelernt haben Der dann auch vom Himmelsgott kontrolliert wurde Um halt die Artefakten zu stellen Aber der dann vom Artefakt des Lichtes korrumpiert wurde Ok Nimm mich mal jetzt Das schwert auch mal wieder mit Aber da kommt ja Dunkelheit Schwimmen darf ich ne Aber gebe ich nicht mal Mühe Und dann So guck Ein lauter Spiel aktuell City Skylines Autoplay Dism4 Macht auch Spaß muss ich sagen Es war ein bisschen auch Na ja Es ist halt ein Simulatierungsspiel Und es ist entsprechend auch Mechaniken mit denen sie zu vertreten Weil es halt schon Ewigkeiten Keinen Simulatierungsspieler ich gespielt habe Da war ja so ein SimCity für den DS Und da war es halt irgendwie nicht so gut über sims city 2013 brauchen wir erst gar nicht reden aber ja macht bock und ich habe auch lust da die platz 4 so mal gucken erst mal spielen soll einfach so weil es Laune macht Aua das macht nicht so viel Laune war das so gedacht? weiß ich nicht aber es hat funktioniert schlafen es hätte echt checkpoints einfach setzen können es wäre auch möglich ich habe ja auch schon im letzten spiel informiert dass ich keine items verliere und nicht sterbe das ist sehr tief das Artefakt der Dunkelheit so war das ja in einem Tempel in einem Dschungel hier mitten im Licht werde ich das Artefakt der Dunkelheit verstecken ok hier wird jetzt auch ein Tempel entstehen Tempel der Dunkelheit den wir im dritten Teil gesehen haben ob wir noch zum Tempel des Priens kommen also der Tempel des Priens ist ja hier auch in der Nähe wobei in der Nähe sind die glaube ich auch ein bisschen ja fragwürdig weil hier als es doch näher scheint also es dann in Wahrheit ist also ja Himmelsgott ich brauch Wasser ok wirf die drei Edelblöcke in das Wasserloch in das du gefallen bist geil der Friedenstempel oh mein Gott um sich herum wird der Tempel des Friedens entstehen der die Macht besitzt notfalls das Artefakt der Dunkelheit zerstören danach nimm das Artefakt des Lichtes und folge dem Weg zu meinem Reich geil still mit dem Tempel des Friedens haben wir ja dann Artefakt Dunkelheit zerstören können und das wollen wir halt jetzt auch vorbereiten das ist geil geil ich bin so geil ich mag es oh mein Gott Aua ok das ist ein Reich willkommen letzter Überlebender wie bitte wovon sprichst du du bist der Priester der überlebt hat für die Erfüllung deiner Aufgabe durftest du nicht im Tempel sein und wurde und wurde dir das Gedächtnis gelöscht mein Gott wir spielen den Priester aus die Legende vom Artefakt geil oder ich also ich es ist ein gespieler ich bin echt ich finde es geil okay du solltest nicht nur die Artefakte verstecken weil ich Kraft sparen muss also du solltest jetzt auch auf deine zukünftige Aufgabe vorbereiten ich hätte mir auch ein bisschen mehr Mühe gehen können und ein bisschen mehr zerstören können ihr Priester habt eure Fehler erkannt die gesamten Kräfte in der Artefaktistik und auch ich konnte sie nicht mehr zerstören da habt ihr das zu mir gebetet oder es gab euch eine Lösung ich konnte die mal kontrollieren hätte ich nur genug Energie ich wusste dass ich sehr lange brauchen werde um zu meiner alten Kraft wieder zu befinden so entschloss ich mich je Button auszuwählen und zu helfen auf jeden Fall das Reich von ihm also wir waren ja schon am letzten Tag hier und das ist wohl einfach das Reich des Himmels Leute so der Himmel dunkler Himmel die Priester mussten nun dafür sorgen dass du aus dem Tempest verspindest meine Prüfungen hast du ganz allein gemeistert solange ich schlafe musst du über diese Welt wahren es wird Menschen geben die diesen Macht entdecken oder forsen werden deine Aufgabe wird der Kontakt zu einigen dieser Menschen sein also ich bin auf dem Bauch Kehre nur mit dem Artefakt des Lichtes auf die richtige Welt zurück und wache im Himmel Temper des Lichtes über die Artefakte und bedenke Kräfte beider Artefakte ergänzete Seagliff ich weiß du musst es richten Hätte ich die drei schon irgendwo hinmachen müssen das Ende oder eher der Anfang wie hatte die Map gefallen wie hatte die Story gefallen konstruktive ich hatte die Story also keine Ahnung ist jetzt mittelmäßig bis schlecht aber ich fand es nett konstruktive Kritik ist immer wünsch neben der Machung dieser neuen Map habe ich noch alle alten Maps verbessert und deren Fehler entfernt ja naja würde ich mich über eine Story Bewertung im Gesamtpaket freuen könnt ihr auch gerne falls jemand alles gesehen hat gerne eine niederschmetternde Meinung darüber wie scheiße das noch alles war das hier in dieser Map war die Verdeutlichung der Story außerdem war es auch noch notwendig kleine Story-Elemente der älteren Maps zu verändern damit die Story ganz langsam auch Sinn ergibt das ist Kingdom Hearts hier was mache ich denn hier das ist mein Kanal Reihenfolge der Veröffentlichung Artefacts Dunkelheit Sextmetz jetzt hätten wir auch noch hier Gegenwärtshandlung Legende vom Artefakt circa 15 bis 100 Jahre in der Zukunft okay da habe ich dies auch mal entschieden und hier Urgeschichte also wirklich lange her Kehre durch die Wiedergebote in der Labe in den Nachricht Sieguell zurück es wird ein neuer Weg entstanden sein der diese Grundlegung bis es nicht zu führen wird okay gib acht die Macht der Artefakt ist gefährlich okay also die drei Edeldinger hätte ich schon irgendwo hinmachen müssen aber ich glaube nicht gemacht oh ich habe keine Items verloren okay ich gebe jetzt noch After Story ich habe echt Durst und es ist auch wieder eine lange Folge und diesmal sogar ohne lange Suchen also ist geil ich finde es gut Nimm den Zug ja bin ich gewohnt ich weiß nicht ob ich die noch haben darf ganz ehrlich glaube ich hätte die schon irgendwo hin machen müssen aber egal meine Kraft meine Kraft sie ist gleich ist geil da war aber ich weiß noch gar nicht wie ich die noch nicht gewohnt bin in den weg da war Junge, ich hab das Artefakt des Lichtes nicht von dir bekommen, es gab keine Tour mehr, was soll das denn, ich meine? Aber die Endertour war eigentlich zwar unnötig, weil man ja eh nix mehr durch, wie man stirbt, aber gut. Artefakt des Lichtes, hör mir zu. Ah, hier hat das Artefakt des Lichtes schon angefangen zu kontrollieren. Also im Pfaden ist nicht der Himmel, ich hab auch noch was überlegen, Himmelsgott. Der Himmelsgott hat den Typen hier quasi so bei Auftrag zu tun. Jetzt aber flüstert das Artefakt des Lichtes schon zu mir. Also das Artefakt des Lichtes möchte Kontrolle über alles haben, wie anscheinend. Aber halt das Artefakt der Dunkelheit stört. Deshalb soll jetzt hier, hier der Priester hier, der wir gerade sind, dafür sorgen, dass das Artefakt der Dunkelheit... Dafür sorgen, dass das Artefakt der Dunkelheit zerstört wird. Dafür wollen wir jetzt sorgen. Das Artefakt der Dunkelheit. Da kümmert er sich darum, dass alles passiert. Aber dann ist halt die Sache mit dem Baum. Mit dem Baum. Ich meinte ja, dass der Himmelsgott zu den Leuten gesprochen hat. Aber der Himmelsgott hat da keine Energie mehr. Und quasi, hier der Priester hier übernimmt er seine Aufgabe für ihn. Sprich, er konnte auch die Erscheinungsform des Himmelsgottes über diesen Baum auch nachahmen, selbst machen. Und über diese Form hat er dann eben auch so generell ein Ersteignungsform. Und halt auch quasi so ein bisschen als Himmelsgott getarnt, ohne dass die anderen wissen, dass es der Himmelsgott sein soll, hat er die ganzen Geschehen dazu gebracht, das Artefakt der Dunkelheit zu zerstören. Vermutlich. Und er hat dabei aber auch das Artefakt des Lichtes kurz abgeschaltet, deaktiviert, zur Ruhe gebracht. Ich denke mal, da hat das Artefakt des Lichtes von sich was einfach gesagt, ich fahre jetzt runter. So weit es halt ging, weil der halt irgendwie doch auf das Gleichgewicht angewiesen war. Aber er ist halt so weit runtergefahren, dass das Artefakt der Dunkelheit Macht gewonnen hat und halt Abstand genommen hat, so dass die Notwendigkeit der Zerstörung bestand und so dass die Menschen darauf aufmerksam geworden sind, auf das Artefakt der Dunkelheit und dieses zerstören wollten, überhaupt von sich aus wollten. und halt der Priester hier hat halt nur ein bisschen mitgewirkt, mitgematscht. Genau, da wurde das Artefakt der Dunkelheit zerstört und dann, nach einer gewissen Ruhezeit, hat uns das Artefakt des Lichtes mit Hilfe des Priesters angefangen zu arbeiten. Und währenddessen könnte ich mir vorstellen, dass das Artefakt des Lichtes und auch der Priester vom Himmelsgott die Energie abgezogen haben, irgendwie so dass der Himmelsgott nicht erwachen kann, nicht wiederkehren kann, weil der ist ja erst aufgetreten, nachdem er den Priester besiegt hat in seiner Mutantenform. Dann ist der Himmelsgott zurückgekehrt und hat gesehen, was passiert ist, hat gemerkt, okay, die Artefakte, dass sie da waren, waren nicht gut, oder so. Und die Zerstörung beider hat halt auch Gleichgewicht es geschaffen, weil von Anfang an die Erschaffung dieser Artefakte ein Fehler war nach dem Himmelsgott. Der Himmelsgott meinte, die Erschaffung dieser Artefakte ist ein Fehler. Hat er gesagt. Weshalb es dann letzten Enden, also, aber der Himmelsgott hat auch nicht die Möglichkeit gesehen, wie man das Artefakt, die Artefakte sicher zerstören könnte. Haben wir ja gesehen, die Artefakte konnten nur dadurch zerstört werden, dass erst das Artefakt die Dunkelheit Chaos angestrichtet hat und das wollte der Himmelsgott auch nicht. Verständlich. Aber dann, nach Besiegen von dem Priester und auch der Zerstörung des Artefaktes des Lichtes, hatte der Himmelsgott wieder genug Energie, um zu sie zu kommen, wieder aufzuerstehen und dann halt wahrzunehmen, okay, die Artefakte sind weg. Oder er hatte es schon vorher mitbekommen, so ein bisschen, aber er konnte halt nicht machen. Jetzt sind auf jeden Fall die Artefakte weg. So. Ähm... Habe ich aber nicht vergessen? Ich fühle mich gerade ein bisschen, aber es klingt immer an der Klinge. Genau. Und dann der Artefakt des Lichtes wurde zerstört. Mithilfe des Mädchens, das wir halt in der letzten Folge gespielt haben. Im letzten Spiel. Und die... Warum wollte der Himmelsgott sie töten? Wahrscheinlich, um halt auch das Wissen über die Artefakte irgendwie zu vernichten. Und auch die Frage, was die Eltern von den Mädchen waren. Und die halt auch irgendwie so ein Assessinbruderschaft-mäßig waren und halt irgendwie das Wissen über die Artefakte trotzdem auch weitergebracht haben. Und zumindest Artefakte Dunkelheit und das Artefakt des Lichtes kannten die ja offenbar nicht Artefakt des Lichtes. Kannte keiner. Kannten eigentlich nur der Priester und als Mädchen dann später. Offenbar. Und die Eltern sind jetzt gestorben. und dadurch auch das Wissen an das Artefakte Dunkelheit. Die letzten beiden, die wir jetzt noch wussten, waren dann halt der Priester und das Mädchen. Das nächste Mal hat den Priester getötet. Aber dann musste das Mädchen auch noch sterben, damit das Wissen über diese Artefakte aus dieser Welt verschwindet und letztendlich dafür zu sorgen, dass alle Artefakte nie mehr existiert haben. Deswegen wollte der Himmelsgott, dass wir sterben. Okay. Hab ich das gut erklärt? Jetzt war von mir gerade ausgedacht, würde ich einfach mal so sagen. Aber fand ich ganz cool, darüber ein bisschen nachzudenken. Ja. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das fand. Würde mich interessieren. Ansonsten, wie gesagt, so qualitätstechnische Geschichten schau ich noch. Und ich hoffe, mein Soundprogramm wird aufgenommen. Aber an dem Aufschlag, wenn ich laut bin, Entschuldigung, ne, dass meine Stimme mit aufgenommen wird. Sehr schade. An der Stelle wirklich schade. Okay. Aber das war's dann für heute. Für Minecraft generell. Minecraft nie wieder. Basta Basta. Bingo Bingo. Und hab noch einen schönen Tag. Nachmittag Abend, was auch immer. Und, ja, bis. Keine Ahnung. Crash Fusion. Kingdom Hearts. Chain of Memories. Oder was gibt's noch so. Wayman. Mal gucken. Bingo Bingo. Bis dann und ciao. sye